Jo, hier ist wieder E-Gaming-LP und wir starten mal ganz gechillt im Pool, mit dem Max Und dem Niko, der hier irgendwo, glaub ich, noch rum Guck mal nach oben So, da steht Niko Angst, der schießt auf mich Lass das ZOP OOOOOO Jo, im Pool auch noch Alter, der riskiert hier meinen Tod Zau, asozial Ich hätte es vorher ausprobiert, wie du auf Krawarscht Jo, ist okay Das hängt kein Damage Nöche Weiche, fick dich einfach Das ist einfach so ein geiler Move Aber ich kann jetzt nicht durch die Schießen im Fliege Knopperzug, Alter So, ähm, das höchst ich, glaube ich, hier einfach ein Auto Wie wär's mit dem hier? Der ist eigentlich ganz... Das ist einfach so cool Wenn wir einfach so in dieses Auto reinhüften Na, wirst du wohl darin laufen? Ich wär für den nächsten Auftrag Gut Aber warte, der Bulle steht da, ey, ciao Kannst du den nächsten Auftrag an, oder nicht? Äh, ja, ja Ja, jetzt Ja, jetzt We take the deed from the lockbox And purchase the store in our name and said Oh, well So, can't argue Das Teil haben wir schon curved Hehehehe Scheiße, sind wir gut? Geile Kracher, aber er hat übel gefehlt Gut Ja, ganz toll Ja, ganz toll Nice Fünfhundert pro Stunde, zehn Prozent Rabatt und ich kleuze ihm seine Karre Wiese die Sexpuppe, geil Geil Woll den wohl mit? Na dann Steig halt in, du Jockel Geht's schon noch länger brauchen Aber Hauptsache geht's nicht nach das Auto klauen, oder was? Ich fahr bei dem mit Hehehehe Fettes Hehehehe Und dann steig ich aus Pick dich, pick dich Ich fahr jetzt, ihr gehen mir auf den Sack Ja, ich komm mal, ich fahr hinherher Was hängt ihr euch, wo ist er dann? Er fährt hin an dir her Schau mal, mein Auto hier ganz gut hier sind geparkt GPS Abkürzungen freigeschaltet, okay Piers, was ist das? Was hat sich an einer Sexpuppe gefunden? Wie ist das? Okay, ich bin raus Ich meine, ich meine nicht so, sie sind kollektiv Wir müssen versuchen, sie alle zu finden People collect some weird shit Let's get out of here We need to shoot something now So What other deeds were in that box? In an apartment building Didn't I already get us a new place? Brick and mortar baby Real estate is cheap Take more money out of the Syndicate's pocket And into ours I like it Ja, und dann kommt er bei dir so rein So, geiler Move, oder? Ja, try to catch me, if you can Ich bin dabei Ich seh's Ohhhh, harte Rechtskurve Okay Ich kann so ein bisschen zu hart mal Neeee Neeee Was hat er schießt auf dich? Was? Hahaha Ich war nicht, hast du auf die Uhr geguckt zufällig? Nö Ich darf nur das Ding dazu Okay Okay Ich habe alle Morgenstarten in der Stadt übernommen und so Das klingt perfekt Wir schütteln sie auf eine Karte Und sie denken zweit, um zurück zu kommen Begebe dich zum Banden Ah, gut, das... Ah, der zeigt uns jetzt alle Optionen vom Game Mhm Oh, geile Krache Geile, geile Ja, ich hab sie gesehen, geh sie klauen Huuu Danke Okay, mein Guter Hahaha Oh, jetzt ist die schon weg Traurig, gell Oh, jetzt ist die andere Krache Ach Kann ich mich nicht irgendwie zu euch TP'n? So Keine Ahnung Ich bin gleich da Nein, sowieso nicht Oh, und die ist selten, Strauß muss ich Oh, okay, man sollte vom Gas runtergehen, wenn man driftet Okay, was ist hier? Achso Also ich hab nicht nur drei Leute gekillt, dadurch, dass ich einfach durchgefahren bin Ich hallo was Du verlass den... Jo, versuch mal so zu drehen Die hat auf meinem... Ich hör' die jetzt mit Wii, die pass auf. Gut. So, jetzt soll die mal aufstehen. Das ist total unrealistisch, wie man aus dem Auto steht. Aber okay. Naja. Bist du jetzt mal fertig, Loh? Steig mal in den College. Jetzt fahr' ich aber auch bei euch mit. Ah, die hielt mich grad so fast, Digga! Der geil ist so geil! Fahr! Wo ist denn das Muppet? Oh, hier! Das steht so geil auf dem Auto! Und er hockt in dem Auto! Mann, hier gehen wir alle auf den Sack! Das Muppet ist geil! So, ich komm' jetzt! Hahahaha! Hat's rumgeschmissen! Fahr! Ey, wo... Irgendwärts! Der steht an dem Auto rum! Oh! Du musst das nicht spülen! Passt, fährst! Ne, ne, ne! Wir verlieren gleich, weil das Auto gleich explodiert und er drin sitzt. Belebe deinen Begleiter wieder! Belebe deinen Begleiter wieder! Hahahaha! Alter! Beleb' den mal wieder, bitte! Ja! Stoll jeder! So! So muss man halten! Ja! Gut! Mach auf, der bringt jetzt bei mir hin drauf! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Scheiße! Wäsch, du wer jetzt zu Fuß geht! Fick dich! Der läuft ja tiefgarage oder man? Keine Ahnung! Komm, der Truck sieht aus! Er ist so witzig! Er eskaliert dann immer direkt, wäsch, er sieht irgendeinen... Oh! Ich fahr mal gegen die dunklen Porsche, ne! Huuuuh! Alter, ich saß dir hier gehts grad übel ab. Beile dich bitte. Gut. Ich wohne im Tuxi. Ding, ding, ding. Wer hat dein Tuxi bestellt? Ich warte dir einfach ein bisschen mehr. Der hat mich vom Moped geholt. Oh, wir sind da warte. Ich mach's jetzt gleich ne Nate. Mach das. Dann kill ich ihn wahrscheinlich so. Hatte ihn gefallen gesagt. Hassverwerden hassen. Haters gonna hate ist das Schiff mit auf Englisch saugeil eigentlich. Egal. Fertig. Wo ist mein Moped? Ja, jetzt schwingt noch ein paar rum. Komm steig auf mein guter. Komm steig auf. Ich will doch so nen Banden auf. Die sind wirklich cool. Boah! Und dann hat er dort zwei platte Reifen hin. Boah, was geht dann ab? Ich hab grad Respekt mal zwei, weil die Geister fahren schon über n halben Kilometer. Oh voll, erfüllst du dich? Ich bin zweihrad Uni, weil meine zwei linken Reifen platzen. Schlecht. So ab und zu, Mo. Leider nicht durchgängig. Boah! Ich bin einfach... 29 Respekt hat das Kind, weil ich Geisterfahrer war. Krasser Shit. Ey, was geht dann hier ab? Ich hab dir meinen Hand gut gemacht, ey. Der hat angefangen zu brennen, während ich Gefahr bin. Du darfst dich im Fahren rausspringen. Okay. Verflügbar Todesblüte, okay. Müssen wir noch zu euch kommen, ey. Was ist denn jetzt? Ah, okay. Statue-Dannahme geschafft. Und dann würde ich eigentlich... ...frasch drauf, dass wir unseren Tag... Han, oder? Jo. Wir sind schon auf Respekt Level 5. Und dann, ähm... Wo ist das hier? Ach, erstmal nochmal von uns? Jo. Und wir melden uns dann demnächst einfach am nächsten EP-Track, schätze ich mal auf. Genau. Ciao!